Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs pflegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Pflegt. Pflegte. Hat gepflegt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich pflege. Du pflegst. Er pflegt. Wir pflegen. Ihr pflegt. Sie pflegen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich pflegte. Du pflegtest. Er pflegte. Wir pflegten. Ihr pflegtet. Sie pflegten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gepflegt. Du hast gepflegt. Er hat gepflegt. Wir haben gepflegt. Ihr habt gepflegt. Sie haben gepflegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich pflegte. Ich pflege. Du pflegst. Er pflege. Wir pflegen. Ihr pflegt. Sie pflegen. Nun folgt der Konjunktiv 2 Ich pflegte Du pflegtest Er pflegte Wir pflegten Ihr pflegtet Sie pflegten Den Schluss macht der Imperativ Pflege Du Pflegen Wir Pflegt Ihr Pflegen Sie Das war unser kleines Lernvideo zum Verb pflegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald! Vielen Dank für's Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020